Wow, ich hasse übertriebene Maskulinität, aber ich bin durchaus bereit dazu, mich von ihr ... zu lassen. Fast alle Jungs aus meiner Klasse haben was gemacht. Da es so aussieht, dass das die einzige Möglichkeit wäre, eure Aufmerksamkeit zu kriegen. Yes, I fucking love these. Hier ist Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Kostas. Boi, 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 boi. Ihr habt es im Titel gesehen, heute gibt es eine weitere Runde, ich reagiere auf Memes aus zwei Gründen. Einmal, obwohl das letzte Video schon drei Wochen her ist, ist es immer im Ranking super weit oben und ich kriege jeden Tag neue Kommentare dazu. Vielen Dank an dieser Stelle. Das vermittelt mir einfach den Eindruck, dass ihr Spaß an diesen Videos habt. Und weil die aktuelle Situation auch die Memes erreicht hat und es dementsprechend schon einige gibt, die ganz funny sind, und das kann ich euch nicht vorenthalten. Wie genau, tut mir leid, dass ich aussehe, als hätte ich einen Wiesel auf dem Kopf, aber can't cut my hair right now. Wie im letzten Video reagiere ich heute nicht nur auf die Memes, sondern werde sie wieder auch bewerten, sodass wir am Ende einen Winner haben. Ihr könnt dann ja auch in die Kommentare schreiben, welcher euer Winner ist. Ich fand das letztes Mal ganz lustig und man hat so noch ein bisschen mehr Austausch. Alright, ähm ... Let's start! Ne? Das, was ich gerade angekündigt habe. Das könnten wir beide in Quarantäne während des Coronavirus sein, aber ich habe leider keine Tattoos und bin nicht so gut trainiert und außerdem existierst du nicht. Ich liebe das Drama, dass die Gays überall mit einstreuen müssen und außerdem existierst du nicht. Ich meine, ja, es ist süß, aber wenn wir mal ehrlich sind, so die ganze Zeit zu zocken ist schon ein bisschen unbequem, ne? Und außerdem, let's be real, es wird wahrscheinlich nicht dabei bleiben, oder wenn man so eng aneinandergekuschelt zusammensitzt und so viel Körperkontakt herrscht, wird es wahrscheinlich nicht so lange dabei bleiben. Nee, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Seid ihr so Leute, die ... Gehen wir mal davon aus, dass die Quarantäne noch ein bisschen länger bleibt. Seid ihr so Leute, die die ganze Zeit einfach mit Zocken füllen können und ihr seid dann happy? Bei mir ist es so, irgendwie nach ein paar Tagen bin ich dann auch so ... Nee, will irgendwie was anderes machen. Deswegen, wir können ja mal diese Situation jetzt nutzen, um uns gegenseitig zu helfen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr jetzt so macht, um euch die Zeit zu vertreiben. Ja, und, äh, not in good shape, I mean, my dude, jetzt hast du die Zeit, was würdest du sonst den ganzen Tag machen? Gönn deiner Hand mal eine Pause und mach paar Liegestütze, ne? Aua. Ich liebe es wie smart, die gay sind. Entschuldigung, verkaufen sie auch Kondome in XXL? Ja, Sir, diese größere kaufen wir auch. Würde es sie stören, wenn ich mich kurz in das Regal stelle und schaue, wer diese kauft? I mean, never thought of that, aber ist eigentlich ... schlau, ne? Wenn du sagst, okay, du hast halt voll die Schwäche für große Dicks. Im Internet kann dir jeder alles erzählen. Ich mein, du kannst frei entscheiden, was du in Datingprofilen angibst, aber dort, ich mein, wär schon weird, wenn du dir jetzt eine Größe kaufst, die dir gar nicht passt, Geldverschwendung, dumm. Wenn du dich dann einfach so unauffällig dahin stellst und mal wartest, bis jemand das Paket mitnimmt. Okay, bringt dir eigentlich auch überhaupt nichts, weil du dann immer noch rausfinden müsstest, ob die Person überhaupt Interesse an deinem Geschlecht hat und ob sie, wenn sie Interesse an deinem Geschlecht hat, Interesse an dir hat. Niemand. Heterotypen. Komm, als würdest du dich jetzt darüber beschweren. Just saying. Nein, aber ist das ein Ding, was nur Heterotypen machen? Ich hab das Gefühl, das ist eher ein Altersding als ein sexuelle Orientierungsding. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass, als ich zur Schule gegangen bin, wenn ich auch dauernd solche Hosen getragen hab, die so locker waren, dass man immer meinen Ass gesehen hat. Und ich war nicht alleine, okay? Ich bin nicht der Weirdo, der das alleine gemacht hat. Fast alle Jungs aus meiner Klasse haben das gemacht. Komm, schreibt doch mal in die Kommentare. Gibt es jemanden in eurer Klasse, der so rumläuft? Oder seid ihr vielleicht selber schuldig, dass ihr mal so rumgelaufen seid? Deine ersten fünf Ads sind deine Five Gays. Kennt jemand von euch den Laden Five Guys? Das ist ja so, I don't know, so wie McDonalds Burger King, so eine Burger-Kette. Okay, ich mach das jetzt mal. Ich hab das Bild von Instagram, deswegen werd ich mal schauen, wer meine Five Gays sind. Meine fünf Gays momentan sind Melina-Sophie, warum auch immer sie ganz oben bei mir steht, mein Backwerke, Aaron Fuller, Osan Jujo, Jujo, however you pronounce that, und Nopalitos. Zwei von denen sind meine momentan Thirst-Opfer. Und danach käme Miley Cyrus. Ja, okay, also, love my team! Ich hasse übertriebene Maskulinität, aber ich bin durchaus bereit dazu, mich von ihr f***n zu lassen. Ähm, optisch kann das ja durchaus attractive sein, ne? Also, das, was man so unter Hyper-Maskulinität versteht. Also, wahrscheinlich pumped, cooler, lässiger Dude, vielleicht ein bisschen Bart oder so, I don't know. Oh, ich arbeite hier grad voll in Klischees, aber ihr wisst, was ich meine. Ich versuche hier nur das zu verbildlichen, was dieses Wort ausdrücken könnte. Ich bin auf jeden Fall nicht hyper-masculin mit meinen lackierten Fingernägeln, aber I don't give a f***. Und ich glaube, dass das noch viel männlicher ist, als das hyper-maskuline Aussehen. Und das ist, glaube ich, auch der Teil, der drinsteckt in Ich-Hasse-Hyper-Maskulinität. Denn wenn Leute sagen so, oh, ich kann das nicht machen, was ist das nur für Mädchen? Bullcrap! By the way, wer von euch hat Hannah Montana geschaut? Weil jetzt gerade, dadurch, dass es auf Disney Plus ist, rewatche ich es gerade. Ich weiß nicht, wer meine Storys in den letzten Tagen ein bisschen verfolgt hat, gesehen, dass ich es gerade richtig fühle. Aber mir ist aufgefallen, dass das auch schon ganz schön so sexistisch war. Später freut sich Miley mit Oliver zusammen. Und dann springt sie so, warum springst du nicht mit? Dann sagt er so, ja, weil Jungs nicht springen vor Freude und so. Und ich dachte mir, voll krass, weil die Serie erst 2006 angefangen hat. Und war das da noch so krass so? I don't know. Wow! Wenn man sich weder bei dem einen noch bei dem anderen zu Hause treffen kann, weil Weihnachten ist. I don't know! It's a choice, ne? Das dann so zu lösen. Bye! Every inch of you is perfect from the bottom to the top. Ist es jetzt notwendig, das ganze Top-and-Bottom-Thema noch mal aufzugreifen? Was sagt ihr? Findet ihr, man kann an der Optik einer Person einschätzen, ob sie top oder bottom ist? Weil hier ist ja jetzt obviocine Sean, bottom, nick, top. Und von den Features, ich mein, er sieht halt voll boobierhaft aus, der andere eben so manlier. Das ist ja so das Klischee, was man hat. Würdet ihr sagen, dass das zutrifft? Ja! Ob der Polizist so, hey, wir haben grad Lockdown, nur noch überlebenswichtige Reisen dürfen angetreten werden. Ich? Ja, ich weiß, Officer, ich habe ein wirklich wichtiges Dick-Appointment, was ich nicht verpassen darf. You guys know what Dick-Appointment means, right? Wenn man sich verabredet hat, gedickt zu werden, ne? Das ist wirklich ein bisschen lustig, weil ich so ein Gespräch auch mit Nico hatte. Also, ich mein, für mich verändert sich jetzt nicht so viel, weil I'm in a relationship so, ich kann die gleiche Menge an Sex haben, die ich vorher auch hatte. Potenziell eher mehr, weil wir mehr zu Hause sorgen. Aber wenn du jetzt Single bist, wenn du jetzt grad in der Phase warst, in der du dich so richtig ausgetobt hast, und dann kommt Corona und es geht einfach nicht mehr, das ist, glaub ich, schon eine ätzende Situation. Und ich hab so zu Nico gesagt, ja, was machen jetzt die ganzen Gays, die vorher so Single waren und auf Grindr irgendwie Hook-Ups klargemacht haben? Und er so ... I'm sorry. Oh mein Gott, what the hell? Alter, Leute, jetzt mal aber real. Ich lutsch dein ***, wenn ich dafür Toilettenpapier kriege. Eine Freundin, die grad nicht raus kann, hat mir geschrieben, ob ich eventuell Klopapier für sie organisieren könnte. Lik und ich, wir waren in, ich glaub, sechs verschiedenen Supermärkten. Keine einzige fucking Rolle. What the hell? Bitte mach das nicht. Das ist so ein seltsames Verhalten. Also, jeden Tag wird wieder aufs Neue durchgesagt, sogar in den Supermärkten mittlerweile, dass wir keine Lebensmittelknappheit haben. Und dass deswegen Hamsterkäufe einfach nicht notwendig sind. Vielmehr verursachen sie das Problem, weil dann Leute wie wir, die keine Hamsterkäufe gemacht haben, ja, jetzt die Sachen, die sie brauchen, nicht mehr kriegen. Und das ist einfach so was von bescheuert. Und ich will noch mal kurz sagen, dass es deswegen auch umso wichtiger ist, dass ihr, wenn ihr das nächste Mal irgendwo hinkommt, wo sie zum Beispiel noch Klopapier haben, ihr dann nicht mit Hamsterkäufen anfangt, aus Angst, dass ihr sonst beim nächsten Mal wieder nichts bekommt. Also, es ist jetzt wichtig, selber die Person zu sein, die dem entgegentritt und da nicht teilfahren wird. Also, wenn ihr mal welches seht, dann nehmt nur so viel mit, wie ihr wirklich braucht. Ja, und fangt nicht an zu hamstern. Weil sonst geht das Ganze wieder von vorne los. Wenn einfach jeder mal chillen würde, gäbe es auch genug für alle. Guess who's toppin' tonight. Ihr habt ja mein Video von letzter Woche gesehen, Dinge, die Bottoms nicht sagen. Ich hätte gern einmal die fette Portion Bohnen mit Speck. Und, packen Sie noch ein paar Zwiebeln mit rein, bitte? No, no, no. Oh nein, irgendwie ist heute eine Nick Jonas-Folge. Wenn er dein Crush ist und wenn ihr verheiratet seid. Mann, ich finde das ein bisschen gemein, aber... Aber ich finde trotzdem, die Message dahinter ist ja, wenn man sich in der Zeit, wo man versucht, jemanden aufzureißen, noch richtig anstrengend und sich danach gehen lässt, das finde ich nicht so cool. Also, bei Make-up-me ist es zum Beispiel wirklich so, dass wir jetzt immer noch trainieren. Ich tatsächlich jetzt mehr als, glaube ich, hier zuvor in meinem Leben. Einfach, ja, aber auch, um uns gegenseitig in Shape für den anderen zu halten. Und ich finde es eigentlich richtig so Turn-off, wenn man sich so voll gehen lässt. Ich meine damit nicht, natürlich in der Zeit, wo man versucht, jemanden klarzumachen, strengt man sich besonders an, bla bla bla. Und das muss ja nicht immer auf dem Level bleiben, weil das ja meist auch ein bisschen drüber ist. Und man soll sich ja auch wohlfühlen und sich sicher fühlen, bla bla bla. Aber ich finde so, I don't know, wenn du denkst, so, ja, jetzt habe ich ihn oder sie eh, jetzt ist auch egal, dann... No, 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 no. Dein Partner ist niemals selbstverständlich, das darfst du nicht vergessen. Und auch, wenn ihr verheiratet seid, es gibt immer die Möglichkeit, wieder getrennte Wege zu gehen. Okay, da es so aussieht, dass das die einzige Möglichkeit wäre, eure Aufmerksamkeit zu kriegen, wascht euch eure Hände und passt auf euch auf. Yes! I fucking love this. Mick hat damals auch schon gesagt, wenn ich versuche, die ein Thema schmackhaft zu machen, versuche ich es meistens über die schwule Szene. Er sagt mir ein Musical, ich so, hm. Er so, it's gay. Ich so, das Gleiche gilt auch für Miriam. Und, ähm, lustigerweise, also ich weiß nicht, wer mir auf Instagram folgt, folgt ihr, you should do it. Ich hatte vor ein paar Tagen dieses Foto hochgeladen und ich hatte Nico dann mal den Vergleich geschickt, wie viele Leute auf mein Profil gegangen sind, kurz nachdem dieses Bild online ging, versus ein älteres, was halt normaler war. Ja, ne? Die Zahlen sprechen für sich. So! Ladies and Gentlemen, seid ihr bereit für das Meme, was mir am besten gefallen hat? Es ist aus gegebenem Anlass tatsächlich this. Oh mein Gott! An dieser Stelle wirklich noch mal, bitte Hamster kauft nicht, okay? Gebt anderen Leuten eine Chance, seid mitfühlend, rücksichtsvoll und denkt dran, dass es auch noch andere Menschen auf dieser Welt gibt. Und gerade wenn ihr fit und jung und schnell seid, kommt ihr wahrscheinlich als erstes dran, könnt alles Topapier wegkaufen und Oma Frieda von nebenan hat dann gar keine Chance mehr, eins zu bekommen. Weißt du, deswegen? No, no, don't do that. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches euer liebstes Meme ist und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!